so bisher wurde uns so ich glaube es ist mein dreier Team ja und es wurde keiner zugelotzt da muss halt einer von uns Paulus sein oder Janney ja ja ich mach den Paulus, ich bin Pro ich weiß ich bin zwar unfähig wenn die Aufnahme läuft zu töten aber das macht nichts ich habe eine Story gelesen also was gelesen dass sich einer ich weiß nicht mehr genau in welchem Land hat sich schwer verletzt weil er an seinen Fidget Spinner das hier klingeln gemacht hat jetzt leg das wieder da wir sind nur zu dritt das ist genau genommen nicht gut doch naja ok nein obwohl ich glaube beim letzten Mal sind wir in der Runde wo wir zu dritt waren auch im weitesten kommen so will jetzt mal jemand anders das Ruder übernehmen ich nicht ich muss erst noch irgendwie wie ich wie weit komme wenn ich da für eine Schätzung habe dann kann ich mal wieder hin hier hin und dann dahin wenn dann würde ich direkt dahin also direkt zum zweiten also wenn dann direkt in die Stadt und wenn dann auch besser in das weil da gibt es bessere Blut ne Kuroko das mag ich gar nicht dann mach wie du willst sag an ne ok dann machen wir da an und ansonsten landen wir hier irgendwo zwischen sag an und raus also Richtung grün falls wir es nicht schaffen wir werden es nicht schaffen zwischen landung bei gelb oh warte was ist mit dem Schießstand hier rechts Schießstand ja alles da nebenach ok also weiter nach rechts da gelb da drüben der ja ok Schießstand ist auch immer ganz ok ja also war es bisher wenn ich da war es ist die Frage ob wir genug Blut für drei Leute finden aber allein oder zu zweit ging es eigentlich immer sehr gut und ich sehe auch spontan niemand anderen ganz nah dran hier rechts bei der Stadt landen landet ein Squad aber direkt bei uns ich nehme das kleine Häuschen hier noch mit ok ja ich schaff's ich schaff's bis hin also ich hätte es auch geschafft aber glaube ich wenn ich ein bisschen geschmummelt hätte mit W halt W weg und so geschmummelt geschmummelt warum ist Krautun immer so weit weg ich weiß es nicht ich verstehe das nicht ich mache was man mir sagt weh gedrückt halten und stur in die Luft gucken ja ok und sobald du den Fallschirm offen hast weh kurz andrücken loslassen andrücken loslassen dann bist du vielleicht einfach unfähig hey 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 also könnte man jetzt sagen produzier mich nicht ich hab ein T-Shirt da steht das drauf produzier mich nicht produzier mich nicht produzieren das musst du deinen Eltern dann geben das hab ich von meiner Mom bekommen produzier mich nicht produzier mich nicht als Warnung quasi hier ist ja nichts was ist das für ein scheiß Loot ja das ist alles mal ein bisschen verteilt ist geil ich halte ihm alles zurück ist voll geil hier ich liebe es I love it I love it so ich hab ne SKS gefunden das gefällt mir sehr gut nice ich hab Wangenpolster für Scharfschützengewehr das ist gut nehm ich und falls jemand nen Sucher findet würde ich mich dafür anmelden bietet sich bei ner Sniper an rechts ok willst du komm mal her zu mir hier Wangenpolster liegt vielen dank dir liegt noch ne SKAL aber ohne Munition anscheinend doch Munition liegt auch da ja ich passt schon also ich hab bin jetzt nur für weite Entfernung und für sehr kurze Entfernung ausgerüstet mittlere Entfernung müsst ihr machen ähm ich nehm die SKAL mal mit ja 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 klar mach das lag auch noch ein Schießstand weiter unten lag ein bisschen Munition dafür 30 Schuss wie wieder? hast du gehört? ich SKAL nehm ich für dich mit ja ok boah und wir müssen aber bald los und gucken dass wir ein Fahrzeug finden wo bist du? hier Krauton komm mal komm mal komm kommst du ähm bin ich bin ich da da einmal auf dem Boden und da kannst du es aufsammeln? warte ich kann hier Munition wegschmeißen den ich nicht brauche ok ok ansonsten kann ich hier auch noch mehr geben waren wir schon warst du schon hinten da oben? äh nach oben war ich schon ja ok wo geht's weiter Captain? wir müssen Richtung Süden ok weil schaut euch mal die Karte an ich hör von links Schüsse weiter weg ok ich hab's ja nicht gehört dann aber waren weit weg dann müssen die direkt aus der Stadt kommen ja hat jemand von euch einen Sucher gefunden? alter ist das breite scheiße ich hab nicht immer einen Rucksack ja ich auch nicht ich hab gar nichts außer eine Waffe ok dann gehen wir mal Richtung Gelb wir suchen noch die Häuser hoffen dass wir da einen Rucksack oder zwei finden und dann müssen wir schon dass wir auf dem Weg looten idealerweise finden wir ein Fahrzeug für drei Personen oder vier dann bleibt der letzte Platz halt leer ja so ist das Leben oder wir nehmen einen freundlichen Spieler mit haha ich geh ein bisschen nach links ja wir brauchen dringend Loot wir werden uns jetzt ein bisschen Risiko spielen müssen ich hab den Club gesetzt ja ich geh zu Gelb Grauton kann auch mit zu Gelb kommen weil hier sind mehr Häuser ich glaub hier sind drei bei dir ist ich hör links Schüsse ja hab ich auch gehört ja wenn wir kein Fahrzeug finden haben wir sowieso verloren oder? kommt auch Flut an ah könnte knapp werden oh dammit oh hier ist ein Motorrad ich weiß aber nicht ob ich hab auch ein Motorrad hier ist ein Motorrad für drei Personen ich hab ein Motorrad hier auch für drei? ne für zwei ja ich hab ein Dreier also das können wir auf jeden Fall wir kommen auf jeden Fall zur Not weg ach ich hab keinen Platz obwohl hier eine Erste Hilfe ist Rucksack alter hier liegen so viele Rucksäcke grad rum ich hab auch einen Rucksack jetzt das ist sehr gut dann komm mal her und nimm auf jeden Fall das Erste Hilfe mit bitte ja ich lass jetzt einfach hier alle Türen offen ja ich hab auch noch eine Erste Hilfe ähm Koffer sehr gut ich hab auch noch eine Erste Hilfe wo ist das? ich hab noch einen Bug 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 Ich klingel wie so ein... Ja, die Frage ist, ob das auch die anderen hören. Hast du den Erste Hilfe mitgenommen? Ja. Ich kann dir auch gleich einen wiedergeben, ich hab da zwei. Ich hab noch einen. Sehr gut, ich geh hier mal hoch in dem Gebäude, in dem du bist. Stufe 2 Rucksack, oh danke. Ich hab jetzt die Waffe weggeschmissen. Max, ich schweiß den Erste Hilfe Koffer gleich hier unten hin, ja? Oh, ne K98 hab ich. Nice. Ja, liegt genau in der Mitte vom Raum unten. Alles klar. Ich geh jetzt nochmal kurz aufs Dach, dann schnappen wir uns das Motorrad und fahren weiter, würde ich sagen. Oh, unten vielfach super. Ja. Darf ich mich für den anmelden? Ich hab doch hier mein Car. Achso, ja stimmt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Lass mich nicht gleich anscheinen. Okay. Ja. Ich hab' ich mich für den Motorrad, deswegen folge ich dir einfach mal. Nun, Tag. Guten Tag. Kommen Sie mal rin hier. Ich bin drin. Ja, super. Das finde ich klasse. Viel Benzin haben wir leider nicht. Oh, Gott sei Dank, ihr seid das. So, dann würden wir Sie bitten, demnächst mal herauszukommen. Das kann. Kommen Sie raus. Nein, ich dachte, es ist Warmbadtag heute. Hast du das mit Robert mitbekommen? Ja, genau. So, dann fahr' ich jetzt einfach gerade drauf zu, nehm' ich an. Liegt das noch einen Plan? Ja, wo ist der Flieger lang? Äh, der ist südlich fast gerade hoch, bin ich der Meinung. Wollen wir dann da antreiben? Da. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja, okay. Also, es ist laufbar. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, und Killers, please. Oha. Dann probiert die Sch***. Ah, du musst dich festhalten. An meiner Hüfte. Sexuelle Belästigung. Nein, zarte Annäherungsversuche sind das. Ah ja, Sangesage. Ich stelle es auch schon. Und außerdem weißt du noch, äh, für Männer gibt es sowas nicht, die wollen das. Ach ja, stimmt ja. Norwin steht doch auf sowas. Guck mal, du stehst schon auf. Du streckst ihm schon den Internet gegen. Also, äh, ihr habt, ich hab gehört, jemand hat einen Erste-Hilfe-Koffer, ja? Ja, ich hab noch einen für dich. Hat jemand? Ja. Äh, auch Bandagen? Oh, fuck. Dammit. Aber es steht noch. Go, 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 go. Jetzt möchte ich mal. Hat jemand Bandagen? Nein. Äh, nee, ich hab nur... Ich hab zwei Erste-Hilfe, also kannst du auch. Hä? Ich hab übrigens doch Benzin. Ich hab auch Benzin. Oh, fuck. Oh, was ist denn mit dieser Fahrphysik? Das ist wie noch neben, das ist eigentlich die Mauer. Oh, krass. Halt's durch! Ah! Nein! Alter! Das ist wie... Wie ist es? Ich bin ein bisschen angebrutzelt. Sorry, jetzt kommen wir gleich... Oh, Gott. Ah! Fuck. Ich bin tot. Ja, ich auch. Oh, nein. Was für ein heroischer Tod. Glaub's nicht. Da findet man Scharfschützengewehr mit viel Kopf suchen und dann sowas. Scharfschützengewehr, alle Waffen, die wir wollen, dreimal Silfekomber. Das war so geil ausgerüstet, ey. Naja, so geil ausgerüstet war's jetzt nicht. Doch, ich fand das schon. Ja, aber wir hatten keine guten Helme, nicht viele... Darfst nicht vergessen, dass wir zu dritt unterwegs waren. Ich finde, dafür war's schon eine gute Ausrüstung. Aha. Von den Waffen her auf jeden Fall. Okay. Also. Killcam. Klettend über Objekte. Fahrphysik. Kommt direkt danach auf der Liste. Ach ja. Also Fahrzeuge bieten zwei Risiken. Die anderen Leute hören ein. Und sie sind unberechenbar. Na, zumindest im Motorrad. Mit den anderen Fahrzeugen hatte ich jetzt noch nicht so Probleme. Mit den anderen Fahrzeugen kann man fliegen. Auf jeden Fall. Oh, weißt du noch die, die ich überfahren wollte? Ja, das meinte ich, ja. Das war so gut. Da sind welche in einem Buggy gefahren, sind ausgeschnitten. Und ich dachte mir, okay, die hole ich mir jetzt. Bin gegen den Buggy gefahren. Das Fahrzeug ist 40, 50 Meter hoch in die Luft geflogen. Hat die ganze Zeit so komisch rumgezuckt. Einmal aufgeprallt, nochmal aufgeprallt, explodiert. Beide tot. Sehr gut.